Was wird hier wohl jetzt heute passieren? Schön! Schön! Secret Wave! Schön mit der Lederhosen! Bei der neuen FP sieht man halt überhaupt nicht, wie weit die ausschlägt hier, das ist wirklich wie schießen! Ich wollte noch ein bisschen Licht machen, wahrscheinlich von dem Cut die Laser dann runter schauen und da hinten drauf strahlen, das wäre richtig mega! Einfach ganz klein und fein, wir haben das heute in der Früh erst geplant und das ist wirklich spontan gewesen. Kannst du ein bisschen lauter machen oder nicht? Ok, jetzt habe ich alles aufgebaut. und ja sound to light ja ich habe jetzt ehrlich gesagt heute nachmittag beschlossen das ganze stattfinden zu lassen und ja innerhalb von drei vier stunden war alles aufgebaut und ja aggregat war geholt alles war aufgebaut ja und dann haben wir sechs mth aufgebaut dann haben wir beschlossen geht noch mehr ja lass doch mal die anderen zwei anhören ok losgefahren die anderen zwei angeholt und ich habe jetzt perfekt dafür die paletten bekommen die sind eigentlich perfekt fürs mth maß also wahnsinn fehlen bloß noch zwei paletten dann könnt ihr alle zwölf draufstellen das wäre schon sehr sehr wild also für die habe jetzt vier paletten brauche ich bloß noch zwei stück und dann habe ich ja dann das passen genau nebelmaschine habe ich spontan noch geholt und ich habe jetzt echt ein problem gehabt mit der symposen k4 800 dsp die hat ständig nicht limitiert die hat verzerrt brutal wenn du über 0 db im eingang reingegangen bist aber hier war ich an der symposen dann schon bei plus 10 db und bin wieder runter gegangen es war also wirklich nur problem und dann habe ich die wieder weg getan und hab mir gedacht ja hole ich schnell die tolun jetzt habe ich zwei fb10er da die macht rein bass 4x4 ohm und die macht 2x8 ohm tops im endeffekt alles gechillt genau limitiert habe ich es wirklich human also die mth 30 müssten so an die 320 watt bekommen minimal mehr wie sie eigentlich kriegen sollten aber ja das reicht locker locker aus genau und die tops die müssten so bei 350 limitiert sein so was 320 ich weiß nicht mehr genau auf jeden fall alles ausgerechnet genau was das sonst manche leute bestimmt interessiert kabellänge müssten 25 meter sein ich habe dann oben auf dem kart kann ja herrnuschen zwang wenn ich darauf wäre er steht da immer schon ein bisschen länger also das ist tatsächlich auf das sind meine zwei laser über zweieinhalb meter das glaube ich drei meter was das ist und genau das strahlen mir quasi die bäume da hinten an und einmal da hinten in den hang rein gehe ich mit einem dreimal 1,5 10 meter glaube ich was das war da hoch die kundschaft ist noch nicht da die kommen jetzt dann allmählich 20 31 ja das hat nicht funktioniert auf jeden fall aggregat wieder habe ich da einfach mein schuko abgeklemmt einfach mehr versteckdose ging nicht anders da weil das kabel hat mir bis hinter gereicht dementsprechend hierher geht aber so auch da haben wir noch diesel aber das lag locker ich habe das aggregat einmal auftankt das wird bis morgen der früh laufen theoretisch da brauchst du nicht mal nachtanken das braucht so um die also mit der konstellation braucht es um die 0,8 bis 1 liter in der stunde und da der 15 liter tank hat ja viel spaß genau dann hätte ich gesagt die Liedermusik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich weiß nicht, ob man sieht, aber das sind die Laser Ja, sehen wir schon Sau geil Jetzt haben wir die Schötene Ja, sehen wir schon Ja, sehen wir schon Ja, sehen wir schon Die Laser sind schon richtig, richtig geil Ja, sehen wir schon 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 Ja, im Endeffekt war es jetzt ganz entspannt So im kleinen privaten Raum, eine Party Genau, gegen Zwei wurde sich dann beschwert, weil es zu laut war und haben wir leiser machen müssen, aber ja, ganz chillig Steht, steht ja, ich muss jetzt erst mal was fressen, genau, genau, ich muss jetzt erst mal was fressen, ich habe Hunger, genau Ja, ich muss erst mal, 되게 demain, da, Babe, das ist ja auch schon echt, wie überrasen wir, ja, ganzetry